Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten diese Szene genau so wie wir sie hier gerade sehen tatsächlich fotografiert, hätten wir wahrscheinlich folgendes gemacht. Wir hätten eine Brennweite von ungefähr 50 mm verwendet. Das ist auch die Brennweite mit der diese Szene hier gerendert wurde. Dann hätten wir sicherlich auf das Model scharf gestellt und in Anbetracht der schon fortgeschrittenen Dämmerung wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Blende relativ weit offen ist. Das Ergebnis, was wir damit bekommen hätten, würde sicherlich anders aussehen als das, was wir jetzt haben. Denn jetzt haben wir das Problem, dass wir das Model zwar wunderschön scharf haben, wunderbar, so gehört sich das, aber leider eben auch den Hintergrund hier. Der ist genauso scharf und das sieht gewissermaßen ein wenig unrealistisch aus. Das könnte man natürlich deutlich besser machen, wenn wir auch dort hinten ein bisschen Unschärfe hätten. Diese manchmal einfach gnadenlose Schärfe, die hier drin ist, die könnte man klar, natürlich, schon bereits beim Rendern rausnehmen. Aber das hätte den Nachteil, dass wir unsere Schärfe vom Model und die Schärfe, die hier im Bild ist, nicht in Photoshop anpassen können, sondern nur hoffen müssten, dass sie wahrscheinlich passt. Jetzt, wo wir beide Dinge zusammen haben, wo wir also sowohl das Model hier im Bild haben, als auch den gerenderten Hintergrund, jetzt ist eigentlich meiner Meinung nach die beste Methode, der beste Zeitpunkt, würde ich sagen, um ein wenig Unschärfe ins Bild reinzubringen, in diesen Hintergrund. Dafür gibt es einen tollen Filter und genau den holen wir uns jetzt mal. Es ist nicht notwendig, im Gegenteil sogar kontraproduktiv, wenn Sie die Ebene umwandeln in ein Smart-Objekt. Das funktioniert leider nicht, denn die Objektiv-Unschärfe hier, die funktioniert leider nur mit einer ganz normalen Ebene. Also klicke hier mal auf Objektiv-Unschärfe und wir gucken uns das Ganze mal an. So sieht das aus. Zumindest sieht es so aus, wenn wir keine Quelle verwenden. Was kann man da alles tun? Eine ganze Menge Dinge. Man kann das Ding unschärfer machen, noch unschärfer machen und wenn Sie es genauso schnell sehen wollen, wie ich hier gerade, dann sollten Sie unbedingt hier auf schneller gehen. Nicht auf genauer, sondern auf schneller. Dann ist nämlich die Vorschau auf jeden Fall so flott, dass man da wirklich super gut mit arbeiten kann. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn man das einfach immer unschärfer macht. Zumal dann, wenn wir mal vorsichtshalber die Helligkeit der Spitzlichter und auch den Schwellwert auf 0 bzw. 255 stellen, weil was Sie jetzt sehen, ist nichts anderes als der gaussische Weichzeichner. Nicht wirklich toll, weil der eignet sich ja nur sehr bedingt, um tatsächlich echte Objektiv-Unschärfe darzustellen. Darum heißt dieser Filter auch so, weil der nämlich mehr kann. Was kann der mehr? Der kann zum Beispiel eine Quelle nutzen und jetzt holen wir uns einfach mal eine Quelle und zwar die Tiefe. Das ist eine Tiefenmaske, die wir hier haben. Die wurde mit gerendert. Die ist hinten hell, sie ist vorne dunkel. Damit kann man auch den Himmel aufhellen und diese Maske, die lässt sich tatsächlich auch als Brennweitenmaske einsetzen. Also wenn ich diese Tiefenmap mit dieser Maske hier berechne, dann sehen wir im Moment folgendes. Hinten ist unscharf, vorne ist es scharf. Und das Tolle daran ist, ich kann die Brennweite der Maske quasi verändern, indem ich jetzt beispielsweise die Brennweite mal hier auf 38 stelle. Jetzt haben wir genau hier diesen Punkt scharf, diese Ebene. Auch das Gebäude daneben natürlich. Auch das Hochhaus ist noch scharf. Und weiter hinten ist es immer noch unscharf. Vorne wird es aber auch schon unscharf. Wenn wir das weiter nach hinten ziehen, haben wir jetzt dieses Gebäude absolut scharf. Sicherlich, wenn da noch mehr stehen würde, wäre das auch scharf. Aber der Vordergrund ist unscharf und der Hintergrund auch. Und so kann man mit dieser Weichzeichnenbrennweite ziemlich genau festlegen, wo man die Schärfe haben möchte. Jetzt liegt sie schon recht weit hinten auf diesem Gebäude dort hinten, während ganz hinten es wirklich unscharf ist und vorne auch. Also man kann mit dieser Tiefe das Bild genau steuern. Das ist für uns aber nur dann interessant, wenn wir beispielsweise eine Miniaturdarstellung machen wollen, weil die hat ja genau das. Da ist es vorne unscharf, hinten unscharf und irgendwo in der Mitte ist es scharf. Das wäre die Miniaturdarstellung. Speziell dann, wenn wir den Radius mal voll auf 100 ausfahren, dann kann man den Effekt relativ gut verfolgen, wie das aussieht. Aber für das, was wir machen wollen, ist es leider nicht das. Wir müssen wirklich tatsächlich ohne diese Tiefe arbeiten. Ich wollte Ihnen das nur mal zeigen, weil ich finde, dass es eine wahnsinnig kreative Art und Weise ist, Unschärfe in ein Bild zu bringen. So, also wir brauchen das wie gesagt nicht. Ich gehe also hier auf ohne und dann ist es wieder gleich komplett super unscharf. Versuchen wir doch mal auf einen etwas realistischeren Wert zu gehen. Vielleicht sowas, wahrscheinlich sogar noch eher sowas. 15, 14, 13, sowas. Das reicht wahrscheinlich komplett aus, um das Bild unscharf zu machen. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran, gucken uns das mal an. Und ja, klar, das ist schon lange nicht mehr scharf. So würde es scharf aussehen. So sieht das unscharf aus. Und diese leichte Unschärfe, das ist genau die Unschärfe, die wir auch bekommen würden, wenn wir die Szene fotografiert hätten. Allerdings wird dann noch was anderes passieren. Und das macht den Filter auch nochmal wertvoller. Allerdings würden wir dann auch die Spitzlichter etwas vergrößert sehen. Es ist so, wenn Sie in der Unschärfe fotografieren, also mit einem nicht fokussierten Objektiv, dann werden Sie feststellen, dass sich die Lichter, die Spitzlichter, all das hier, was wir hier sehen, deutlich größer darstellen als dunkle Bereiche. Die dehnen sich quasi aus und genau das kann man damit auch wunderschön demonstrieren, indem ich mal die Helligkeit der Spitzlichter ein bisschen nach oben setze. Jetzt sehen Sie, dass sich da überhaupt nicht viel tut, weil der Schwellwert noch bei 255 liegt. Das bedeutet, dass kein Tonwert gerade ausgewählt wird, um diesen Helligkeitswert hier tatsächlich anzunehmen. Erst wenn ich da ein bisschen mit runtergehe, jetzt sieht man, aha, das sind die Helligkeitswerte, die tatsächlich ein bisschen mehr von dieser Unschärfe abkriegen. Und jetzt kann ich deren Helligkeit natürlich wunderschön steuern. Wenn wir noch weiter runtergehen mit dem Schwellwert, dann kommen immer neue Lichter noch dazu. Sowas ungefähr. Dann fressen aber auch mal irgendwann hier diese eigentlich doch sehr schönen Verläufe aus. So weit will ich es eigentlich nicht kommen lassen. Mir wird es besser gefallen, wenn wir das ungefähr an diese Stelle legen. So, dann haben wir wunderschöne Lichter hier unten. Da fängt es gerade so an. Dort hinten haben wir schöne spiegelartige Lichter. Das würde mir ganz gut gefallen. Das Ganze stellen wir jetzt auf genauer. Dann sieht man auch schon, ah, dass es ein bisschen anders verrechnet wird. Man kann also durchaus die Helligkeit noch ein bisschen weiter nach oben setzen. Nur bis Photoshop das durchgerechnet hat, das dauert ein bisschen. Aber wenn wir den Wert von 80 nehmen bei einem Schwellwert von etwas über 200, einem Radius von 15, ich glaube, dann kommen wir ziemlich genau da raus, wo ich gerne rauskommen möchte, können das Ganze schon mal bestätigen und haben jetzt einen Hintergrund, wo sich unser Model sehr viel besser von abhebt. Gerade wenn wir da noch mal ein bisschen dichter rangehen, schauen Sie sich das an. Sie wird überall aus diesen scharfen Linien des gerenneten Bildes herausgelöst und es passiert genau das, was auch passiert wäre, wenn wir die Szene fotografiert hätten. Ja. 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 Wir Deus.